So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, beziehungsweise es ist Zeit für Maxout Monday, das Verbarter Montag. Ich habe wieder einen Titel Pokémon für euch rausgesucht, was ich maxen möchte. Und dann gibt es auch wieder 5 Vorschläge aus der Community, die ihr gemacht habt. Voraussetzung natürlich, wie immer, ich habe ein 100%iges von eurem Vorschlag und genügend XL, um dieses zu maxen. Ich starte jetzt erstmal rein mit, ihr seht es ja schon im Titel eigentlich, ist ja gar nicht mehr spannend. Wir haben letztens ein 100%iges Kryptomira-Plug gehabt. Wir wollten uns entscheiden, ob wir da ein Giflor oder ein Bluebella draus machen. Ich habe dann ein Giflor draus gemacht, habe das auch gemaxed. Level 50, 100% Krypto. Jetzt habe ich schon gesehen, dass in manchen Vorschlägen, die kamen zwar noch nicht dran, aber Leute trotzdem sagen, hey, max doch mal 100% Krypto, Bluebella. Und bevor das ein Vorschlag von euch wird, der zwischendurch einfach so untergeht, nehme ich das lieber vorab als Titel-Pokémon und mache halt einfach das zweite noch und ist auch in der Reihenfolge das nächste Pokémon, was ich als Krypto-100er maxen kann, von den Krypto-100ern, die ich habe. Giflor 2893 ist also dasselbe, wie ihr das normale hier seht. Das ist fröhlich, das ist richtig brutal. Und ja, nimmt man halt beide mit. Haben leider beide das gleiche Geschlecht, sonst würde sich das nochmal unterscheiden. Das heißt, wenn wir jetzt ein Bluebella maxen, müsste das auch genau so aussehen wie das. Ah, die randaliert schon wieder im Hintergrund. Wir nehmen dieses Miraplan. Wir machen hier Power-Up drauf. Auf 1389. Da ist auch gleich die Aufgabe fertig mit den 10 Power-Ups. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Das wollte ich am Anfang des Videos zeigen. Es gibt ja diese kleine Forschung, wo man die Starter, die Kando-Starter bekommt und Bonbons für die Kando-Starter. Jetzt ist die letzte Aufgabe gewesen, 10 Power-Ups zu machen. Habe ich noch nicht gemacht. Wollte ich jetzt extra warten. Max Out Monday macht Power-Ups. Oh, das wäre cool. Wenn wir jetzt das trotzdem zu Giflor machen, dann hat das genau das andere Blütenmuster, wie das, was wir jetzt schon haben. Aber wir wollen ja trotzdem Bluebella machen. Deswegen müssen wir jetzt einen Sonnenstein nehmen, müssen den hier draufknallen. Jetzt weiß ich auch, was Adi macht. Der Adi hat die Himbeeren. Die Himbeeren vom Tisch geworfen in der Baggung und gönnt sich jetzt eine ganze Handvoll. Adi, Schatz, wartest du noch, bis ich fertig bin, damit ich dich verprügeln kann, dafür, dass du ein Bubzies Himbeeren isst? Machen wir natürlich nicht. Wir maxen hier nur Pokémon. So, jetzt gucken wir kurz. Sieht gar nicht so brutal und heftig aus, wie man sich das erwartet. Kriegt von uns jetzt trotzdem hier auch den Level 50 und den Crypto-Tag dran. 2.578. Und hat damit halt genauso wie ein normales. Das hat wenigstens schwarze Augen. Das hat halt rote Augen. Ist halt ein kleiner Unterschied da. Okay, nehmen wir so mit. Jetzt guckt mal aber mal in die Kommentare. Was habt ihr denn gesagt? Oder warte, bevor wir in die Kommentare gehen, ich muss erst mal kurz das abholen aus der Forschung. Alte Freunde, neue Anfänge. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht mal in den Heute-Tab. Löst die Aufgabe. Ihr habt theoretisch einen ganzen Monat dafür Zeit. Wir haben hier Bisa Samen, was wir fangen können. Bisa Samen, was wir fangen können. Wir haben Glumanda, was wir fangen können. Immer mit Schnellfang-Trick, ne? Also Bäre, fest, rüber, wischen, ziehen, Fluchtbutton, erscheinen lassen, fliehen, zack, zack, zack. Und wenn jetzt alle weg sind, na das ist natürlich noch nicht weg. Das müssen wir nochmal. Wir nehmen gleich, nein, wir nehmen nicht den Meisterball. Der Meisterball für Schicky verwandt. So, sind wir jetzt, holen die Bonbons ab, bewerten mal ganz kurz die drei Starter, die wir gefangen haben. Hier gibt es noch Mega-Energie, okay, die nehmen wir auch noch mit. Ich habe ganz vergessen, dass da eine zweite Seite kommt. Da müsste ja jetzt noch das Pikachu rauskommen. Das nehmen wir jetzt auch mit. So, Pikachu noch mitgenommen. Fertig. Jetzt gucken wir mal ganz kurz bei euch, was da jetzt rausgekommen ist. Drei Sterne. Zwei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Kann ich theoretisch alle wegschmeißen? Brauche ich nichts von. Und wir gehen weiter in die Suche nochmal rein. Denn jetzt maxen wir eure Vorschläge. Vier Sterne und. Was habt ihr gesagt? Scheinux sagt. Huhu. Dusselgur, die Taube, die keine Taube ist. Jetzt muss ich mal gucken nach Dusselgur. Dusselgur. Fasernub haben wir schon gemaxed. Navitaub noch nicht. Dusselgur auch nicht. Weil der Dusselgur sagt. Nehmen wir Dusselgur. Und pushen das hoch auf 958. Damit ist Dusselgur gemaxed. Und warum ist das eine Taube, die keine ist? Es ist doch eine Taube oder nicht? Oder was soll es sonst sein? Kriegt hier Level 50 Tag dran. Erster Vorschlag aus der Community von euch. It's Paolo sagt Caputo. Caputo. Fehlen mir, glaube ich, nichts. Das heißt, Caputops ist auf 100. Er ist auf 50. Caputo geht auch auf 50. Jetzt sind die XL aber weg. Und den Namen muss ich noch umändern. So, Caputo passt. Ist der zweite Vorschlag auf Level 50. 1549. Und 3067. Dass der so hochkommt, überrascht mich doch ein bisschen. Sieht aber cool aus. So, zweiter Vorschlag von euch. Noch drei Vorschläge übrig. Cosimun. Meine Vorschläge sind Rigi Gigas oder Magneton. Rigi Gigas können wir zeigen. Obwohl wir ja immer zeigen, haben wir schon auf Level 50. Genauso wie Rigi Ice. Genauso wie Rigi Steel. Genauso wie Rigi Rock. Was hat er gesagt? Magneton. Magneton. So, Magnetzone. Müssen sie mal nach WP sortieren. Magnetzone ist eine auf 50. Magneton ist nicht auf 50. Mach mal Magneton auf 50. Haben wir den dritten Vorschlag, der passt mit 2810. Tech kommt dran. Fertig. Was fehlt noch? Magnetilo fehlt nicht. Magnetilo ist auch schon. Das heißt, die Magnetilo-Familie ist jetzt auch vollständig. 1, 5, 2, 8, 3, 6. Sieht auch gut aus. Zwei Vorschläge brauchen wir noch. Magneton, wenn es noch nicht vorgeschlagen ist, sagt Henry, hat der Cosimun vorgeschlagen. Benjamin Engel, dann schlage ich Balgoras zum Maxen vor. Balgoras, beziehungsweise die Weiterentwicklung, war mal ein Titel-Pokémon. Monagoras, ob ich bei Balgoras die XL voll habe? Schauen wir mal rüber. Monagoras ist auf 50. Balgoras ist nicht auf 50. Können wir auch nicht machen. Wir können nämlich nur 22 umwandeln. Das würde nicht reichen. Benjamin hat jetzt schon 10 Jahre lang hintereinander immer wieder Balgoras vorgeschlagen. Passt nicht. So, immer noch zwei Vorschläge. Pummeluf, sagt Jochen Strehl. Und antwortet auf seinen eigenen Kommentar. Das sehe ich so aber nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier rein und gucke. Pummeluf, Knuddeluf, Pummeluf, Luffeluf. Ist alles fertig. 605, 800, noch was, 2100. Hat der Jochen wieder mal nicht aufgepasst. Galapafloss, sagt Lil Coke. Hier dürft es an den XL scheitern. Galapafloss, 240 XL. Und 12 könnte man umwandeln. Das passt nicht. Weiterentwicklung. Habe ich auch noch nicht gemaxed. Mir fehlt nämlich noch eins für die Familie. Wulpix mit Kostüm, sagt Kai Putsch. Wulpix haben wir letzte Woche erst gemacht. Deswegen lassen wir es mal kurz aus. Wenn wir aber keinen Vorschlag mehr übrig haben, dann vielleicht Wulpix. Wir wollen eine Abwechslung haben. Timo. Mein bestes Mewtwo-Wochenende, Level 50. Sonderbonbons genommen. Ignivore, da bin ich mit dem Roten kurz vor 50. Das ist sehr gut. Ich wollte erst eine Folge sowieso machen, dass ich noch ein paar Hunderter Mewtwo maxe. Und das Shiny Krypto-Mewtwo vielleicht maxe. Und ein paar Krypto-Mewtos generell auch noch maxe. Nachdem das heftige Raid-Boost-Dottmunder-Wochenende vorbei ist. Aber ich bin mir noch unsicher, was ich im Endeffekt jetzt wirklich maxen soll. Und weiß nicht, ob ich mir eine 6er-Armee-Hunderter mache. Oder ob ich einfach ein paar 96er-Kryptos hochziehe auf 50, die ja stärker wären und brutaler. Aber 600er-Mewtwo wären schon krass, wenn die alle in einer Reihe mit den maximalen WP. Ich liebe Currywurst. Achis. Sehr gut. Riolu, sagt Relaxo. Habe ich keinen Hunderter, brauche ich gar nicht nachgucken. Und die XL fehlen auch. Nali Schlaf. Bin heute ein bisschen spät dran. Dann kannst du bitte die Yalga auf max bringen, wenn du noch nicht getan hast. Können wir zeigen. Die Yalga war auch mal ein Titel-Pokémon. Die Yalga ist auf max mit 4565. So. Marcel Dose. Mich würde es interessieren, wie viele Hunderter du schon auf 50 gepusht hast. Da habe ich ihm geantwortet. Anja Konprobs sagt Buzzwool. Buzzwool müsste Moskitos sein, oder? Habe ich auf jeden Fall keinen Hunderter und auch keine XL. Da steht Gesundheit. Danke. Maximal dein KP niedrigstes Hunderter. Und dann sind wir schon durch. Und zwei Vorschläge fehlen noch. Das heißt, ich würde doch jetzt das Wulpix nehmen. Und vielleicht das WP niedrigste Hunderter. Was auch immer das ist. Gucken wir mal nach Wulpix. Mit Kostüm. Jetzt haben wir nämlich Wulnona. Wulnona. Steht Kostüm dran. Wulpix. Wulpix. Das hat er nicht gemacht. Und deswegen pushen wir das jetzt einfach auch. Es ist total sinnlos. 10.000 Wulpix gewächst. Wieso nicht? Irgendwann kommt noch Krypto hinzu. Also eigentlich, wenn ich das habe, kann ich das doch wegschmeißen, oder? Würde ich dir das jetzt verschicken? Oder beide behalten? Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt gebe ich einfach mal 4 Sterne ein. Und gucke mal nach WP niedrigste. Und als WP niedrigstes haben wir dieses Quiekel. Und das kann ich leider nicht maxen, weil das in der Arena sitzt. Danach käme Lichtl. Ich gucke mal, habe ich denn schon ein Lichtl? Und? Lichtl? Wie komme ich denn jetzt hier wieder auf die Seite? Mann, ey. Ich hasse. Wenn du eine Woche lang nicht mit dem iPhone zu tun hast, dann sieht das so aus. 4 Sterne. Scalabra ist auf jeden Fall gemaxed. Laternecto ist nicht gemaxed. Lichtl ist auch nicht gemaxed. Das heißt, wir werden dieses Lichtl jetzt maxen auf 1138 und haben damit mein WP niedrigstes. 4 Sterne Pokémon gemaxed. Was möglich war, weil Quiekel ja in der Arena gesessen hat. Also machen wir da den Level 50 Tag dran. Und wer schlau ist und bis jetzt dran geblieben ist, weiß, dass er fürs nächste Mal die Weiterentwicklung von Lichtl vorschlagen kann, damit die Lichtl Familie auch vollständig ist. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Danke fürs Mitmachen. Hat ja super gepasst, dass die Kommentare genau aufgegangen sind. Sonst habe ich mir schon eine Notlösung überlegt, wenn ich nur 5 Kommentare hätte und immer noch 5 Vorschläge frei, wie ich das dann mache. Das seht ihr aber dann, wenn mal nicht genügend Kommentare da sind. Schreibt also am besten gar keine Kommentare, dann seht ihr, was ich meine. Oder, wenn ihr nicht dran wart, das war jeder dran. Wenn ihr noch was anderes habt, schreibt Kommentare wieder, was ich maxen soll. Welche Pokémon fehlen noch? Was denkt ihr? Was kann man noch machen? Was ist eventmäßig gerade vielleicht interessant? Oder vielleicht doch mal die Spezial-Mewtwo-Folge? Aber die dürft ihr ja nicht sagen. Die müsste ich ja dann einfach so machen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. 13 Uhr ist, glaube ich, noch das Info-Event-Video hochgegangen. Für morgen als Vorbereitung. Und nochmal meinen Senf dazu. Senf ohne Sand. Und deswegen kam Max Out Monday heute nicht 15 Uhr, sondern 16 Uhr. Wieder unchristliche Zeit, ja. Dass man da Vorschläge machen kann. Einer freut sich bestimmt. Peace out for out, euer Ramses. Und heute Abend 20 Uhr. Chill mit Ramses. Und ich habe mir sogar 2 Bier vorhin im Tegut gekauft dafür. Tschüss.